Ein Adat der Ein-Adat-Nationalpark, oder En-Adat, ist ein in einem tief eingeschnittenen Fluster liegender Naturpark im Negev im südlichen Israel. Der Naturpark ist von zwei Eingängen aus zugänglich. Vom oberen Eingang, Upper Entrance, im Süden über eine Stichstraße von der Straße 40 aus zugänglich, führt ein kurzer Weg zu einem Aussichtspunkt mit einem gewaltigen Blick hinab in den Kenien. Der Kenien-Resp. Der Wasserlauf verläuft von Süden nach Norden. Nur vom unteren Eingang, Lower Entrance, d.h. von der Nordseite von Steboka aus, kann der Kenien durchwandert werden. Es gibt eine Möglichkeit, auf einem Fußweg durch die Felswand zum oberen Eingang aufzusteigen, aufgrund der Enge des Weges und der Eisenleiter allerdings nur im Einbahnverkehr, d.h. man muss selber um die Rückkehr zum Ausgangpunkt besorgt sein und kann nicht einfach auf demselben Weg zurückwandern. Hintergrund der Nationalpark von Ein-Adat umfasst einen Abschnitt im Oberlauf des Nahal-Tessin, der Flusslauf des Tessin, oder Zin, entspringt in der Nähe des Erosionskraters Magdashramon und verläuft in nordöstlicher Richtung bis er ins Tote Meer mündet. Der oberste Abschnitt des Nahal-Tessin fällt den Großteil des Jahres trocken, d.h. nur in Zeiten von Regenfällen im Negev führt er größere Wassermengen. Die am Fuß einer gewaltigen Felswand gelegene Quelle Ein-Adat führt das ganze Jahr über Wasser, weshalb sich in diesem in einem tiefen Kenien eingegraben liegenden Abschnitt des Nahal-Tessin eine Oase mit einem Quellteich und einem Pappelhain entwickelt hat. Das Wasser fällt von den oberen Purs über einen Wasserfall zu den Loa-Purs ab, führt zu reichem Pflanzenwachstum im Parkgebiet und versiegt vor allem in den Sommermonaten dann im Verlauf des Nahal-Tessin bereits auf Höhe des unteren Parkeingangs. Von Norden her mündet das Seitental Nahal-Havarem in das Nahal-Tessin, der Bach-Havarem führt nur in der Zeit gelegentlicher Regenfälle Wasser. Im Verlauf fällt das sich weitende Flusstal des Nahal-Tessin in seinem Verlauf in Richtung des Totenmeers weitgehend trocken, die Wüste ziehen ist bereits aus biblischen Berichten eine Wüstenei und kein fruchtbares Flusstal, entlang des Wasserstroms zeugt aber grün von vorhandener Restfeuchtigkeit. Geschichte Das Flusstal von Einadad war bereits in prähistorischer Zeit besiedelt, oberhalb des Wasserfalls fanden sich Spuren einer steinzeitlichen Mühle und Hinweise auf eine Produktion von Feuersteinwerkzeugen. Wohl in byzantinischer Zeit ließen sich Einsittler in künstlich erweiterten Höhlen an der Felswand der Schlucht nieder. Bis ins Mittelalter wurde wohl das Wasser des Nahal-Tessin genutzt, ins Gestein eingegrabene Rillen am oberen Zugang zeugen davon, dass einmal an Seilen in den Känien hinuntergelassen wurden, um Wasser zu schöpfen. 1952 wurde an der nach Elad führenden Hauptstraße 40 oberhalb des unteren Ausgangs des Nahal-Tessin der Kibbutz de Boka gegründet. Bereits im Folgejahr trat der israelische Staatsgründer und ehemalige Ministerpräsident David Ben-Gurion in den Kibbutz ein und beteiligte sich an der Gründung der Ben-Gurion-Universität des Negev, welche sich vor allem mit Fragen der Urbeimachung der Wüste beschäftigt. Nach einigen Monaten wurde Ben-Gurion wieder politisch aktiv und trat 1963 wieder in den Kibbutz ein, wo er bis zu seinem Tod im Jahre 1973 lebte. Das Areal mit den Gräbern von David Ben-Gurion und seiner Ehefrau auf einem Plateau oberhalb des Nahal-Tessin wurde ebenfalls als Nationalpark unter Schutz gestellt. Die Aussicht in den Känien ist atemberaubend. Landschaft der Naturpark von Ein-Adat umfasst den Abschnitt des Nahal-Tessin, in dem das Flüsschen tief eingegraben in einem Känien mit einer eindrücklichen Schichtung von Kalkstein und Feuerstein verläuft und hier verschiedene Wasserfälle und Teiche bildet. Flora und Fauna im Bereich des Schluchtzugangs des Naturparks trifft man oft auf den Nubistchen Steinbock, Capra Nubiana, in den Erdlöchern in der Nähe des Wanderwegs nach dem Parkeingang verschwinden oft Wüstenmäuse, wenn sich Wanderer nähern. Neben anderen Vögeln können an Vorsprungen an den steilen Felsklippen brütende Geier beobachtet werden. Die Flora entspricht derjenigen, die im Negev angetroffen wird. Außergewöhnlich ist der Bestand von Pappeln, am oberen Flusssteig, und der halophytisch wachsenden Melden, die in leicht salzhaltigem Wasser gedeihen können. Entlang des unteren Parkbereichs hat sich ein Palmenbestand entwickelt. Klima des Wüstenklima ist arit. Im Januar liegen die Durchschnittstemperaturen Tex um 15 und nachts um 4 Grad, im Hochsommer um 33 Grad tagsüber und 19 Grad in den auch in der Wüste kühlen Nächten, öfters werden aber Temperaturen über 40 Grad erreicht. Anreise Loher Entrance Northern Entrance Von der in Nord-Süd-Richtung durch den Negev-führenden Hauptstraße 40 Biershever, Ehler zweigt man nach Steboka ab, an einem Kreisel beim Ortseingang rechts ab und gelangt zum Kassenhäuschen und Shop der Nationalparkverwaltung. Zum Besuch des Ein-Ad-Nationalparks wird hier der Eintrittspreis entrichtet, man erhält eine Quittung welche am zweiten Kassenhäuschen am unseren Parkzugang vorgewiesen werden muss. Wenn man ein anderes Ziel hat, Wanderung nach ein AKF, etc., wird man zwar kostenlos eingelassen, erhält aber nicht die Quittung, welche zum Besuch des Ein-Ad-Ad-Parks berechtigt, zum kostenfreien Besuch der Grabstädte von die Ben-Gurion biegt man vor dem Kassenhäuschen nach links zum Parkplatz ab. Nach Passieren einer Schranke kann man auf einer Nebenstraße in Sabentinen zum Grund des Canyon hinunterfahren und den Parkeingang des Lower Entrance erreichen, der in 3,3 Kilometern Entfernung liegt. Hier gibt es zahlreichen nur teilweise beschattete Parkplätze. Da der Park um ca. 16,00h geschlossen wird und bis dahin verlassen werden muss, darf man sein Fahrzeug nicht länger auf dem Parkplatz stehen lassen. Die Zufahrt wird nach der Schließzeit mit einer Schranke verschlossen und man kann nicht mehr ausfahren. Von der Bushaltestelle der Linie Bierschewa, Elad, Linien 60,65 von Metropolene, am Kreisel am Ortseingang ist der Parkeingang in 40 Minuten auf der asphaltierten Straße auch zu Fuß zu erreichen. Upper Entrance Sadan Entrance Die Zufahrtsstraße zum oberen Eingang geht etwas südlich von Steboka von der Hauptstraße 40 ab und endet auf einem Parkplatz. Von hier aus ist der Aussichtspunkt mit dem spektakulären Blick in den Kenyon auf einem kurzen geschotterten Fußweg zu erreichen. Das Ticket gilt für beide Zugänge. Ein Abstieg in den Kenyon ist von hier aus nicht gestattet. Mobilität im Naturpark bewegt man sich zu Fuß. Der Weg vom unteren Eingang, Lower Entrance, in den Kenyon des Nahal-Tiessin ist als Wanderweg gut ausgebaut, allerdings ab dem Vormittag praktisch schattenlos. Teils ist der Weg schmal, auf einer in den Fels geschlagenen Treppe ist das Ausweichen erschwert, man muss bei Gegenverkehr etwas abwarten. Vom Grund des Kenyon Nahal-Tiessin kann auf einem Wanderweg zum oberen Eingang aufgestiegen werden. Auch dieser Weg ist in den Felsen geschlagen, aber gut gesichert. Auf einem Abschnitt führt eine Eisenleiter mit Geländern über eine Felswand einige Meter in die Höhe. Hier besteht eine Einbahnregelung, man darf nur von unten aufsteigen und kann nicht kreuzen. Vom oberen Eingang her darf nicht in die Schlucht abgestiegen werden, die Rückfahrt nach Sdeboca-Resp. Zum Auto beim unteren Eingang muss selber organisiert werden, eventuell per Anhalter oder mit anderen Besuchern absprechen, oder den Bus nach Sdeboca abwarten. Der Zugang vom Parkplatz des Upper Entrance zu den Lookouts ist kurz und gescheitert, die Aussichtspunkte sind mit Geländern gut abgesichert. Sehenswürdigkeiten Auf der asphaltierten Straße von Sdeboca her gelangt man zum Lower Entrance mit piknik-Tischen und Toilettenanlagen. Etwas nördlich liegt die Einmoorquelle, deren Wasser mit dem Tessin-Stream in nordöstlicher Richtung fließt. Der Fußweg führt nun ins Nahal-Tessin, an einer atlantischen Terebinde vorbei durch das mit niedriger Vegetation und Sträuchern bewachsene Flusstal. Hier kann gut die Schichtung der Felswände gesehen werden, rechterhand befinden sich Grotten, zu denen teils schmale Pfade hinaufführen. In der trockenen Zeit ist der Tessin-Stream ein mageres Rinnsaal. Hoch oben an den Felswänden kann man Geier in ihren Horsten entdecken. Bald gelangt man zur ersten in den Felsen geschlagenen Steintreppe, über die der Weg das Flusstal hinaufführt, bei Gegenverkehr muss abgewartet werden. Der Weg gabelt sich nun. Nach links geht es über einen gut begehbaren, welcher das Wasser des Bachs zu einem Teich aufstaut. Am rechten Ufer des Teichs kann man die kurze Strecke bis zum unteren Becken des Ennabat-Wasserfalls gehen. Das Wasser plätschert im Sommer über die Höhe von 15 Metern als mageres Bächlein herunter, kann aber nach einem Regenfall ganz massiv zunehmen. Wer mag, kann nun den Rückweg zum Parkplatz beim Lower Entrance auf demselben Weg antreten. Wenn man den vor dem Steindamm ansteigenden Weg über die in den Felsen geschlagenen Treppenstufen weitergeht und so den Wasserfall umrundet hat, kreuzt man den Teessin-Stream knapp oberhalb des Wasserfalls, der Weg verläuft dann am südlichen Ufer des Bachs. Der Weg überkreuzt nun den Teessin-Stream nochmals, etwas oberhalb der Kreuzungsstelle erkennt man links ufrig in der Felswand Höhlen, in denen zur Zeit der byzantinischen Herrschaft Einsettler Mönche gelebt hatten. Nun kann man dem Bachverlauf weiter folgen und gelangt zu einem Bestand von schattenspendenden mesopotamischen Pappeln. Dahinter liegen die Upper Pools, die Teiche werden von der noch etwas weiter am Oberlauf gelegenen Quelle Enmariv-Spring gespießen, sind allerdings für Besucher nicht zugänglich. Nur zur Zeit von Regenfällen stürzt Wasser vom Fluss aufwärts in der Hochebene verlaufenden Nahaltiessin als Wasserfall in den Kenien hinunter. Von der Bach-Überkreuzung führt ein steiler Anstieg zum Upper-Entrance hinauf. Der Weg ist teils in den Felsen geschlagen und führt über eiserne Treppenstaufen und an einem Abschnitt über eine Eisenleiter durch die Felsen nach oben. Da an diesem Bereich ein Kreuzen nicht möglich ist, ist nur der Aufstieg aus dem Nahaltiessin zum Upper-Entrance im Sinne einer Einbahnregelung erlaubt. Auf halber Höhe kann auf einem von einer Mauer gesicherten Pfad die in den Felsen geschlagene Höhlen ein Siedelei besucht werden. Der Anstieg ist mit Treppenstufen und seitlichen Mäuerchen versehen und kann von trittsicheren Schulkindern in Begleitung mit entsprechender Vorsicht begangen werden. Der Rücktransport vom Upper-Entrance zum Ausgangspunkt am unteren Parkeingang Aktivitäten Wandern, rundweg vom unteren Eingang zum Pappelbestand und den Upper-Pool zum Zurück oder Aufstieg über den mit Eisenleitern ausgebauten Weg durch die Felswand zum Upper-Entrance. Mehr dazu Das Baden ist im Bereich des ganzen Nahaltiessin verboten. Auf das Verbot wird man von den Parkwächtern mehrfach aufmerksam gemacht. Getränke sind an heißen Tagen mitzuführen, Picknick und offene Feuer sind im ganzen Parkareal verboten. Einkaufen Ein Souvenir-Shop mit Verkauf von Snacks, Getränken und Eiscreme befindet sich in Steboka an der Zufahrt in den Park. Am Parkplatz des Upper-Entrance findet sich nur eine Bude, an der Getränke und Eis angeboten werden. Unterkunft Verschiedene Unterkunftsmöglichkeiten in Steboka Verschiedene Unterkunftsmöglichkeiten in Steboka Sicherheit Die Sicherheitslage bezüglich Kriminalität und terroristischer Aktivität ist problemlos. Beachtet werden müssen die Gefahren, welche durch Temperatur- und Witterungsverhältnisse in der Wüste ergeben. An heißen Tagen ist auch beim Besuch des spärlich beschatteten Nahaltiessin auf das Mitführen von ausreichenden Flüssigkeitsmengen zu achten. Im Nationalparkbereich, nicht nur beim oberen Eingang mit dem Aussichtspunkt, besteht Absturzgefahr, wenn man sich den steil in den Kenien abfallenden Klippen zu sehr nähert, Kinder müssen im Auge behalten werden. Im Winterhalbjahr ist im Falle von Regenfällen, welche auch im Negev mit großer Heftigkeit auftreten können, darauf zu achten, dass die Flussteller, Nahaltiessin und Nahalhaverim, durch plötzlich ansteigende Wassermassen unpassierbar werden können. Bei steigendem Wasserstand darf nicht versucht werden, das trübe Wasser selber zu durchwarten oder zu durchschwimmen, besser auch auf einen ausreichend hochgelegenen Ort in Sicherheit bringen und professionelle Hilfe anfordern. Ausflüge Besuch des nahen Adat Nationalpark mit den Ausgrabungen der Nabatea-Stadt Adat oder Besuch der anderen Nabatea-Städte. Ben-Gurions Cabin Besuch des Wohnhauses von David Ben-Gurion mit seiner Bibliothek im Kibbutz der Boca. Die Grabstädte von David Ben-Gurion und seiner Ehefrau liegen in einer Parkanlage auf einer Terrasse oberhalb des Nahaltiessin, tolle Aussicht, freier Eintritt. Wanderung im, das Wadi-Habarim ist nur zu Fuß erreichbar, der Weg geht bei KM 128, mit Parkplatz, von der Hauptstraße 40 ab und wendet sich ostwärts. Sehenswert ist die Havarim-Zistern, die in Nabatäischer Zeit in den Felsen gehauene Zisterne mit einem zentralen Pfeiler ausgewachsenem Fels füllt sich bei Regenfällen in der Wüste heute noch mit Wasser. Wanderung im, das Wanderung im, das Wanderung im, das Wanderung im temporär 건 die unteren Managammade En Forum oberen Zister.